Eins, zwei, drei, vier, fünf Gründe, dieses Video zu liken, ihr kleinen Huch. Vielleicht denkt ihr, warum guckt nicht der Typ gerade so an? Irgendwann boxen wir gegeneinander, zack, hoch, hoch, bam, bam, uppercut. Ich bin jetzt der Herr im Haus, Leute. Das ist VR. Ach übrigens, sendet diese Videostelle... Oh, ein Vogel, wie geil. Sendet diese Videostelle an jeden, den ihr schon immer mal sagen wolltet, TikTok. Ja, ganz recht, man kann seine Finger steuern, ich könnte jetzt Rock'n'Roll machen oder das geht so, sorry. Das geht alles und ich habe mit einem Kumpel zusammen, mit Cyrix, eben gerade schon auf Nuketown ein bisschen rumgetestet und das ging sehr, sehr geil aus. Schau mal, schau mal, warte, ich streiche deine Waffe, alles gut. Warte, ich hole deine Waffe einen runter. Ja. Halt sie mal, halt sie mal. Nein. 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 Stopp, 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 warte, 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 warte. Nein, 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 Moment, 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 Momo, ganz kurz. Ich kann meine Miete nicht zahlen, wie regeln wir das? Weißt du, ich habe einen langen Lauf. Ey, nein. Nein, nein, nein. Oh, keine Muni, warte, guck jetzt, wie weit ich es wegwerfe, so richtig unnötig, mitten im Krieg. Weg mit dem Magazin. Okay, zack, rein, nachladen, lad nach, wo ist es? Achter, zack, zack. Oh, ich wollte nicht schießen, ich wollte nicht schießen, ich wollte nicht schießen. Hat sich der Oiga-Zinn oder was? Nein, 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 ich wollte nicht schießen. Das Geräusch ist, äh... AAAAAAAH! Alter, der Rückstoß! Oh mein Gott, guck mal, wenn ich dich treffen will, das geht gar nicht. Ich bleib mal stehen. Okay, es geht absolut. Ich will in deinen Arschloch schießen. Bereit? Ja. Oh, dieses Aim! Oh, jetzt hab ich dein... Oh, dieser... Digga, man kann ja richtig geile Thumbnails damit machen. Ey! Hey! Hi! Alles gut? Ich nehme einen Grund, warum ich dich nicht töten sollte. Es gibt drei Gründe. Drei Gründe. Ich bin größer als du. Grund Nummer zwei. Wir sind im selben Team. Nimm die Waffe da runter. Nimm sie runter. Okay. Letzter, letzter, letzter Grund. Du bist ein Tourensohn. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst das Magazin einfach klauen, glaub ich, ne? Versuch mal. Hä? Hä? Hier, du Schwanz. Wie willst du mich jetzt kennen? Scheiße. Du hast diesen Nüppel hinter dem Magazin. Da ist so ein langes Ding. Da ging ein Klappschluss. Zack. Ohohoho. Jetzt reinsteigen. Oh yeah. Jack, guck mal das Fenster. Hallo! Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ach da! Hi! Hey, Nachbar! Na Mo, was machst du jetzt ohne Waffe? Du. Hä? Kleiner B****. Ich mach dein Leben. Kleiner B****. Du hast... Ähm... Langmals hin! Ja? Ohhhhhhh! Ich versuch's nochmal. Aufheben. Schön. Und wirf's. Ich, ich bin... Also hab ich dann ein Tutorial gespielt. Okay? Und ich musste hier so nachladen. Und ich hab's versucht. Aber es ging nicht rein. Und dann hab ich's nochmal mit einem anderen Magazin versucht. Aber ganz vorsichtig. Und trotzdem ging's nicht rein. Ich hab nochmal die Anleitung gelesen. Und es ging nicht rein. Und dann hab ich's nochmal gelesen. Und hab wieder versucht es reinzumachen. Aber es ging einfach nicht. Es wollte nicht. Auch als ich's gedreht habe ging's nicht. Bis ich gemerkt hab, dass ich ein absoluter Vollidiot bin. Und da rein muss. Ja. Da hab ich ein bisschen geschossen. Und jetzt bin ich wieder hier. Und dann hab ich meine ersten Erfahrungen auf Terminal gesammelt. Yo! Yo! Mein erster Kick! Yeah! Mein erster Kick! Äh... Ich bin... Ich bin minus zwei vom Score. Geil. Wollt schon immer mal in dieses Flug... Oh mein Gott. Das sieht wirklich aus wie ein echtes Flugzeug. Na? Das ist so krass, ne? Hey Guys. Guys, guys. This is my first time in Pavlov VR. I'm so fucking lost, man. Yo! What's good? What's good? Hey! So many friends. Hey! Let's have a group hug! Come on! Come on! Oh my god. Heyo, guys. You gotta be honest. Did you ever try hentai in VR? You ever watch porn on this shit? Oh hell yeah. Everyday. What kind of porn? Come on, tell us. What kind of porn? What kind of porn? Usually, like... Dad versus daughter. Oh! Monsieur, welcome to VR. Look. My magazine is also gone. But I got a new one. Oh, fuck. Hi. Why did you kill that guy, man? He didn't do anything, man. What the fuck? Let's do quickscope. Okay. Oh! I got hit! Hey, if you can hear me, raise your left hand. Hey, if you like men, raise your right hand. What does that mean? Oh, I got my first kill! Let's go! I got my first kill. I got my first kill. I got my first kill. And now, the video is right, guys. Please, look at these sick people. I got a girlfriend. And my mother is also so fucking hot. What should I do? Okay, dump the girlfriend. Just get the mom and fetch. That's technically not possible, man. Listen, man. Let me tell you something about older women. Here's something you gotta know. Alright. They got milk. Okay? Alright. Get rid of the girlfriend. Get rid of the mother and you get free milk. You know, it's like owning a chicken and how you get like free eggs from the chicken. Yeah. Just jump onto my dick. Okay. Wow, he just went milk. Just like my dick, you know. Right? I mean, you're right. Oh, I got a pipe. You see that? I got a pipe, man. I'm lucky I got a pipe. Oh, yeah. That's some good shit, ain't it? Can I show you something? Yeah. Look, there's a forklift on a forklift. But if you look even further, there's a forklift on that forklift on the forklift. What the fuck? Did you do that? What this shit? I did not do that. I think it's sexy too, so I'm gonna jerk off to it. My brother, what did you just say? I can cut your dick off with that. Give me the pliers. Alright, alright, alright. Relax, relax, relax. 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 Wait, 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 wait. Just let me smoke my pipe in peace, please. Give me the pipe. Oh my god. Ayo, man. Look at this. Look at all those guns, man. Wait, wait, what are you doing? Ayo, let's kill him. No! What are you guys doing, man? Stand still, stand still. Do you like it? Oh my god. I just got cheated on yesterday. Bro, fuck her mother instead. Well, I mean, you just said- Let's go to war. Let's go to war. Kill every possible mother, my friend. Are you black? No, I'm Jewish. He's Jewish, man. What are you gonna do about it? No, nothing. I like Jewish people, man. I can shoot my balls. No, look, look. I can shoot your balls this time. Alright, I'm coming. Let's go, let's go. I got you back. Let's go, let's go, let's go. I'm coming, man. Dumm. Hey, yo. Burnett. Burnett. What are you doing up here? We need backup. Over. What are you doing up here, man? Burnett. Stop camping, man. Stop camping. Can you hear me? Yes. You know, my wife left me and now I'm playing Pavlov. What should I do? You see, immer wenn ich mich umschaue, dann schaue ich mich auch im Spiel um. Und ich kann auch auf die Knie gehen und springen und weiß ich was. Hier auf Datacenter und hier sind ganze Maps, die man runterladen kann. Und ich habe Rust. Ich habe Bikini Bottom noch geholt. Ich habe Newtown und Stalingrad hat mich auch interessiert. Das ist es also, Leute. Rust. Hier sieht man meine Waffe. Ihr seht es, wenn ich hier meine Hand so nehme, dann greife ich auf die Waffe und kann schießen. Das ist wirklich so ein krankes Gefühl, als wäre man wirklich drin. Und wenn ich sie runternehme, dann kann ich sprinten, dass ich quasi so mache. Und wenn ich jetzt hier einen Knopf halte, dann sehe ich das Scoreboard. Das ist so krass. Und ich habe meine Waffe fallen lassen, dann muss ich auf den Boden gehen und sie wieder halten. Und wenn ich jetzt loslasse, dann lasse ich sie auch im Game los. Obwohl, das hier ist glaube ich eine Sniper, ja. Jetzt habe ich eine Sniper. Let's go. Close. Und jetzt habe ich sie. Guck mal. Guck mal, eine Shotgun muss man auch immer wieder nachladen. Also ich kann so greifen, schießen, äh, zack, schießen, zack, schießen, zack. Uh, eine Sniper. Warte mal. Warte. Oh. Schießt. Schießt. Geht vielleicht noch um die Ecke, so. Zack. Zack. Die Musik höre ich immer noch. Das nervt so hart. Okay, wir spielen mal online. Oh, ich spawne. Ich spawne im Kino der Toten. Wie krass ist das? Das ist großartig, man Hier oben, oder? Einmal greift es hier oben, wirft es gegen die Bombe, ganz wichtig, nimmt ein neues Magazin, packt es rein, kann man dann schießen. Achso, nee, ich muss erst mal so machen und jetzt kann ich schießen. Ich lasse mal den Spawn, ich halte meine Waffen fest. Fittin, Deutschkopf. Hier, mein Aim ist noch nicht so gut, aber es hat gereicht. Rainbow! Camper, ich bin ein Camper. Lass mich hier in Ruhe. Hier nimmt meine Waffe, ich ergebe mich. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, das könnte mit der Zeit Spaß machen. Mir ist gestern ein bisschen übel geworden, als ich das Ganze gemacht habe. Und jetzt... Nein, mir ist die Waffe aus der Hand gefallen, Mann! Ah, da muss die Nate wieder herhalten. Wirklich, man gewöhnt sich dran, ne? Guck mal jetzt, wie weit ich werfen kann. Oh! Oh! Ich lege mich jetzt in real life hin. Ich fliege komplett, ich mache diesen ekligen Spot. Ich mache ihn in VR. Minecraft Zombies? Was? Let's go! Wir sind in BU3, wir sind in BU3. Und zwar jetzt! Ah! Let's go! Digga, du kleiner Hund! Das ist so krass! Bro! Oh! Einmal im Auto herzlitsch sein. Einmal so und dann so. Oh mein Gott, ist das eklig. Da, einmal im Auto herzlitsch. Ja! Let's go! Ich muss die einzeln reinpacken. Einzeln reinpacken. Zack! Und dann? Zumachen? Oder... So? Oh mein Gott! Ich mache so auf? Warte mal. Ich mache so... Boah, es ist anstrengend. Und irgendwann wird einem auch übel mit der Zeit. Holy Shit! Oh mein Gott, man. Das ist in einer anderen Welt. Ich werde doch versuchen besser zu werden und dann wirklich so mal Clips zu hitten oder so. Das geht wahrscheinlich auch. Wie auch immer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst ein Like damit in dem nächsten Video. Bis dahin. Haut rein! Windsor. Ich werde doch auf travelers beschreiben! Oh mein Gott. Und dann? Wenn du eins beschreiben. Dann? Deine Süß. Dann? Und dann? Ja!